Ja, Samantha, so schön. Schöne Soldatin. Wir machen dir Korn raus und dann zeigen wir, wie es geworden ist. Ich freue mich, dass du da bist. Samantha, dreh dich mal nochmal. Das sieht so richtig hübsch aus. Hast du von Harina geflirtet bekommen? Mach sie mal nach vorne. So kannst du sie auch tragen. Ganz hübsch. Und ich danke, dass du da warst.